Wir sind hier in einer kleinen Klinik. Schritt für Schritt geht es hier voran. Hier sind eine Art Hals-Nasen-Ohren-Bereich. Komm ruhig mit rein. Wie gesagt, wir starten hier ganz easy. Derzeit, was richtig läuft, sind Beatmungsgeräte für Asthma-Patienten. Viele können sich das hier nicht leisten. Deswegen kommen die hierher, die Probleme mit der Luft haben. Die bekommen hier Oxygen, richtig? Ja. Du hast auch alles verstanden, ne? Das ist eine kleine Apotheke. Und hier warten einige Patienten. Aber wie gesagt, das Ganze läuft noch nicht zu 100 Prozent hier. Manchmal gehen Dinge schleppend voran, aber es geht voran. Und verschiedene Räume noch, was in der Praxis angeht. Und das ganze Konzept ist noch nicht hochgestupft worden auf 100 Prozent. Hier ist es vielleicht auf 20, 25 Prozent. Aber immerhin. Und das sind unsere jüngste Patienten. Was passiert? Salam alaikum. Käfig. 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 Vielen lieben Dank für unsere Unterstützung. Unterstützt uns bitte weiter. Wir versuchen, im Bereich Gesundheitswesen zu investieren, im Bereich Bildung. Und hierfür zur Selbsthilfe. Wasser, Brunnen zum Beispiel, ist auch etwas ganz Tolles. Wo wir sehr viele Menschen, Tiere und Pflanzen mit dem Wasser unterstützen können. Und Gesundheitswesen. Das ist ja auch etwas Wichtiges. Rettet sein Menschenleben. Das ist das Gleiche. Das hast du die ganze Menschheit gerettet. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Vielen Dank. Vielen Dank.